Markus fragt, wie lange ist Bier eigentlich haltbar? Ich bin Thomas und das ist eine Minute Bier. Eine sehr wichtige Frage zu einem sehr wichtigen Thema. Orientieren könnt ihr euch dabei schon mal zunächst am MHD, dem Mindesthaltbarkeitsdatum, auf der Flasche. Unsere Biere sind nicht pasteurisiert und deswegen auch nur sechs Monate haltbar. Wichtig ist aber dabei, dass die Biere immer kühl und auch dunkel gelagert wurden. Bier ist ein reines Naturprodukt und für dieses Naturprodukt gilt der Grundsatz, Bier sollte immer frisch getrunken werden. Denn Bier baut, je älter es wird, immer mehr am Geschmack ab. Und dafür empfehle ich euch mal folgenden Versuch. Kauft euch mal eine Kiste Pilz, Distelhäuser-Pilz wohlgemerkt. Legt eine Flasche davon in den Kühlschrank, die andere stelle mal ans Fenster in die pralle Sonne. Lasst eine Weile stehen und später, wenn ihr beide Flaschen wieder gekühlt habt, macht mal eine Verkostung und ihr werdet merken, wie schnell und extrem das Bier, was in der Sonne stand, am Geschmack abgebaut hat. Das war eine Minisse Bier und ich bin Distelhäuser.